Ja, es war anders als sonst. Es war sehr speziell mit der langen Pause durch die WM. Ich glaube, wir haben das Beste daraus gemacht. Wir haben pausiert, haben dann uns an so einer Sommervorbereitung angelehnt. Sechs Wochen trainiert, hatten natürlich einen kleinen Break zu Weihnachten, dann Silvester, aber ansonsten auch dazwischen haben wir durchtrainiert und uns vorbereitet. Ja, als wär's der Sommer. Sechs Wochen komplett nochmal Gas gegeben, Schwerpunkte setzen können und sind jetzt froh, nach dieser Zeit, dass wir jetzt auch bald loslegen können. Wir haben nur drei Spiele gehabt, wir haben uns dazu entschieden, weil gerade auch über die Weihnachtszeit, Silvester, war es schwer auch Gegner zu bekommen und wir wollten den Fokus einfach auf unsere Fitness legen und auf unser Training legen. Die drei Spiele waren insgesamt ordentlich, man hat immer was auszusetzen. Wir haben allesamt starke Gegner gehabt, aus der Nähe, aus der Region, selbst in Spanien gegen Darmstadt gespielt, hochkarätige Gegner gehabt, gute Ergebnisse erzielt. Wir haben gesehen, dass wir läuferisch zugelegt haben. Wir haben aber auch gesehen, dass man immer noch Dinge verbessern muss und letzten Endes wissen wir auch, dass ein Meisterschaftsspiel immer noch was ganz anders ist als jedes Vorbereitungsspiel. Deswegen werden wir auch einzelne Ergebnisse nie überbewerten, sondern wir wissen, dass uns dann hier auch ganz schwere Aufgaben in diesem Jahr und natürlich vor allen Dingen jetzt am Samstag auch erwarten. Ja, ich glaube, das ist normal, wenn du zwei Spiele noch in der Hinrunde hast und du bist zu diesem Zeitpunkt Dritter, dass man dann noch mehr will. Und das war, glaube ich, der Satz, den ich gesagt habe, dass wir mehr wollen. Dass daraus natürlich auch dann zu schließen ist, dass es um den Aufstieg geht, ist auch klar. Aber es macht an der Stelle gar nicht so viel Sinn. Für mich war es schlüssig, einfach zu sagen, dass man mehr will, dass man Ambitionen hat. Uns muss nur klar sein, dass es ein unheimlich langer Weg wird, dass es unheimlich starke Gegner gibt, die auf uns zukommen, die wir bewältigen müssen. Dass wir letzten Endes auch noch zulegen müssen, dass wir zu dem, was wir geleistet haben, um Dritter zu sein, wenn wir mehr wollen, auch noch mal mehr tun müssen und noch mal besser sein müssen. Und das ist unser Anspruch, das ist unser Fokus. Und trotzdem geht es natürlich am Ende im Fußballspiel um Spiel keine großen Träume, sondern harte Arbeit, in jedem einzelnen Spiel an sein Limit zu gehen, wird am Ende entscheidend sein. Ja, wir haben schon viel Verletzung gehabt und wir profitieren jetzt auch von diesen sechs Wochen Vorbereitung. Das war natürlich auch Zeit, dass Jungs wiederkommen, dass Jungs auch richtig fit werden können. Wir haben noch Jungs, die definitiv ausfallen werden. Florian Stritzel ist noch nicht so weit, Nico Rieble und Dominik Bauer sind allesamt im Aufbautraining, unterschiedlich lang. Zwischen vier und acht Wochen mit Sicherheit noch werden die Jungs brauchen, bis sie wirklich dann einsatzfähig sind. Florian Carstens ist einen Schritt weiter, hat seinen ersten Einsatz gehabt, seinen ersten Kurzeinsatz gegen Darmstadt, hat den soweit gut verkraftet. Der wird aber auch noch ein bisschen Zeit benötigen, um ihn wirklich aufzubauen. Weil schmerzfrei zu sein heißt, immer noch nicht richtig fit zu sein, sondern da werden wir auch noch bestimmt zwei, drei Wochen benötigen, bis er dann wirklich voll einsatzfähig ist. Ich glaube, dass wir insgesamt nochmal enger zusammengerückt sind vom Leistungsvermögen. Das sind Jungs, die auch im letzten Jahr im Sommer vielleicht aus der Verletzung kamen, wie Suijel Najjar, der Probleme hatte, jetzt Schritte nach vorne gemacht hat. Es gibt Jungs, oder alle haben gut gearbeitet. Natürlich ist immer noch irgendwo eine Reihenfolge da, natürlich gibt es immer noch Unterschiede zwischen den Jungs. Aber ich glaube, dass wir in diesem kleinen Kader, den wir haben, insgesamt nochmal enger zusammengerückt sind und dieser Konkurrenzkampf auch nochmal enger geworden ist. Elversberg ist ein richtig gutes Team. Die stehen zu Recht da oben. Das ist einfach durch gute Leistung erwachsen, haben gefährliche Leute nach vorne, sind sehr kompakt, körperlich starke Mannschaft. Fußballer ist richtig gut, die stehen zu Recht da, wo sie jetzt sind und sind für mich am Ende auch im Moment der Top-Favorit auf den Aufstieg, weil sie einfach auch schon so viele Punktevorsprung haben und auch eine richtig gute fußballerische Qualität haben. Ja, wir freuen uns total, dass es losgeht. Die Trainingszeit jetzt war lang, sechs Wochen Vorbereitung und auch mit den Spielen, das ist alles gut und schön. Aber am Ende ist entscheidend dann, wenn es losgeht und gleich mit so einem Spiel hier zu starten, zu Hause. Wir erwarten eine Top-Kulisse und freuen uns natürlich hier im Heimspiel dann auch richtig loslegen zu können. Wir werden gefordert sein. Wir müssen ja am Limit spielen. Elversberg geht mit Sicherheit als Favorit irgendwie ins Spiel. Aber trotzdem erwarte ich von uns hier ein Spiel auf Augenhöhe, ein Spiel, wo man auch in der Lage ist, dann zu gewinnen. Aber dafür wird man wirklich auch seinen besten Tag haben müssen, weil Elversberg schon Waffen hat, auch gerade nach vorne. Schon auch Spieler die Spiele entscheiden können und da müssen wir als Team in jeder Spielphase, egal ob es in der Defensive ist, über die Robustheit, über die Zweikampfwerte zu kommen. Genauso wie der Mut nach vorne zu spielen, Entscheidungen zu suchen, werden wir wirklich an unserem Limit spielen müssen, wenn wir hier was holen wollen.